Wusstest du, dass man mit einem Schwert kämpfen kann, indem man es an der Klinge hält und das ohne sich dabei zu verletzen? Für dich mag das lächerlich klingen, aber in Wirklichkeit handelt es sich um eine echte Technik, die oft von Rittern angewendet wurde. Und diese Technik bietet im Kampf mehrere Vorteile. Erstens war es nützlich, um zu parieren, aber auch um den Gegner zu kontrollieren. Darüber hinaus ermöglichte es ihm, wenn sein Gegner eine Rüstung trug, an Kreuzungen präzise oder kraftvolle Schläge auszuführen. Genau wie mit einem Streitkolben. Das Halten deines Schwertes an der Klinge ist daher durchaus möglich, ohne sich die Finger zu schneiden. Finde auch du dein Schwertreplikat auf legendäresschwert.com